Das Konzept der Token hilft auch, um zu visualisieren, wie eine Prozessinstanz durch ein vorgegebenes Prozessschema läuft. Das Konzept der Token hilft aber auch noch, um festzulegen, welche Aktion oder Aktivität starten darf. Sehen wir uns das nun für einfache sequenzielle Abläufe, aber auch schon für alternative Abläufe an. Das Konzept der Token repräsentiert quasi einen virtuellen Koordinationsmechanismus zur Beschreibung der Abläufe einer Aktivität. Das Konzept der Token stammt aus den Petri-Netzen und wurde für die UML adaptiert. Die Token beschreiben durch ihren Fluss den möglichen Ablauf einer Aktivität. Das heißt, Token fließen als eine Art Marker-Geton durch unser Aktivitätsdiagramm und bestimmen, wann eine Aktion starten darf. Das Konzept funktioniert mal abstrakt gesehen auf die folgende Art und Weise. Jede Aktion kann genau dann starten, wenn an allen eingehenden Kanten ein Token anliegt. Wenn dies der Fall ist, entfernt die Aktion gedanklich alle diese Token und sobald die Aktion abgeschlossen ist, wird an alle ausgehenden Kanten dieser Aktion ein Token weitergegeben. So erreiche ich die Steuerung des Ablaufs in einer Aktivität. Es gilt aber auch, dass grundsätzlich an den Kanten eine Überwachungsbedingung angegeben sein kann. Wenn zu einem Zeitpunkt eine Überwachungsbedingung nicht erfüllt ist, so verbleibt der Token im Vorgängerknoten. So wie ich zwischen Kontrollfluss und Objektfluss unterscheide, muss ich auch unterscheiden zwischen Kontrolltoken und Datentoken. Kontrolltoken sind quasi nur eine Ausführungserlaubnis für den Nachfolgeknoten. Bei den Datentoken referenziere ich ja explizit bestimmte Datentypen und sie dienen damit auch dem Transport von Datenwerten oder Referenzen auf ein Objekt. Ich habe zuvor gesagt, dass eine Aktion starten darf, wenn an jeder eingehenden Kante ein Token liegt. Das war etwas unpräzise, gilt aber für die meisten Fälle. Nämlich die meisten Kanten haben ein sogenanntes Gewicht von 1. Nämlich wenn ein Token an einer Kante anliegt, dann ist das Ganze erfüllt. Ich könnte jedoch für eine Kante auch ein höheres Gewicht angeben. Das bedeutet, da muss an der entsprechenden Kante nicht nur ein Token, sondern die Anzahl an Token, die dem Gewicht entsprechen, anliegen. Sehen wir uns das an dem Beispiel an. Wir haben hier als erstes eine Aktion, Möglichkeit ist es dann ein Ereignis, Anmeldung zur Prüfung und eine einzelne Anmeldung genügt nicht für die nächste Aktion, sondern es ist das Gewicht von 30 für die Kante spezifiziert. Das heißt, erst wenn 30 Mal Registrierung durchgeführt wurde oder Anmeldung durchgeführt wurde, dann wird auch 30 Mal ein Token erzeugt worden sein und dann habe ich das Gewicht erreicht und ich kann die nächste Aktion, nämlich das Erzeugen einer neuen Gruppe starten. Alternative Abläufe im Aktivitätsdiagramm werden mit Hilfe des Entscheidungsknotens modelliert. Der Entscheidungsknoten selbst wird als kleine Raute dargestellt. Diese kleine Raute dient quasi als Weiche zwischen alternativen Zweigen, alternativen Pfaden im Aktivitätsdiagramm. Aber es werden nicht nur alternative Pfade damit modelliert, sondern der Entscheidungsknoten gemeinsam mit später vorgestellten Vereinigungsknoten wird auch genutzt, um Schleifen zu modellieren. Wie funktioniert nun der Entscheidungsknoten? Ein Entscheidungsknoten hat immer mehrere ausgehende Kanten, die die alternativen Pfade darstellen und es wird immer nur an eine dieser Kanten ein Token weitergegeben. Damit das überhaupt möglich ist, müssen alle ausgehenden Kanten eine Überwachungsbedingung tragen und diese Überwachungsbedingungen müssen natürlich wechselseitig ausschließend sein. Sehen wir uns das im Beispiel an. Hier kommt von der Aktion 1 ein Token zum Entscheidungsknoten und danach werden die ausgehenden Überwachungsbedingungen überprüft. Diese sind hier wechselseitig ausschließend, weil entweder es gilt B oder es gilt nicht B. Wenn B gilt, gehen wir nach rechts zur Aktion 3. Wenn B nicht gilt, gehen wir nach links zur Aktion 2. Grundsätzlich ist für die Überwachungsbedingungen ELS immer schon vordefiniert. Das bedeutet, ist keine der anderen Überwachungsbedingungen erfüllt, so verfolge ich den ELS-Zweig. In diesem Beispiel hätten wir damit auch schreiben können auf der einen Seite B und auf der anderen Seite ELS und wir hätten dieselbe Semantik erreicht. Hier sind die Überwachungsbedingungen nicht nur wechselseitig ausschließend, sondern sie decken den kompletten Raum der Möglichkeiten ab, weil entweder es gilt B oder es gilt nicht B. Das heißt, wir können sicherstellen, dass wir nach links oder nach rechts gehen. Es könnten aber auch Fälle eintreten, wo keine der Überwachungsbedingungen erfüllt ist. Dann geht der Token vom Entscheidungsknoten natürlich nicht weiter. Das Entscheidungsverhalten selbst wird sehr oft nicht explizit modelliert, denn aufgrund der Überwachungsbedingungen ist oft klar, was denn für eine Entscheidung getroffen wird. Aber man kann dieses Entscheidungsverhalten auch explizit modellieren. Das mache ich, indem ich an den Entscheidungsknoten einen Kommentar hefte, diesen Kommentar als Decision Input deklariere und dann in einer beliebigen Sprache dieses Entscheidungsverhalten explizit beschreibe. Jedenfalls wird bei Ankunft eines Tokens im Entscheidungsknoten das Entscheidungsverhalten gestartet. In sehr vielen Fällen wird dies ein Kontrolltoken sein. Sollte es sich um einen Datentoken handeln, so funktiert dieser Datentoken als Parameter. Bei der Modellierung von alternativen Abläufen in einem Aktivitätsdiagramm stellt der Vereinigungsknoten quasi das Pendant schon Entscheidungsknoten dar. Ein Vereinigungsknoten führt nämlich alternative Abläufe wieder zusammen. Dabei gilt, dass ein Vereinigungsknoten ebenfalls als Raute dargestellt wird, in die nun mehrere Kanten eingehen und sobald an einer der eingehenden Kanten ein Token anliegt, wird die ausgehende Kante mit einem Token versorgt. Es kann auch den Fall geben für kombinierte Entscheidungs- und Vereinigungsknoten. Das heißt, ich habe nun eine Raute mit sowohl mehreren eingehenden als auch mehreren ausgehenden Kanten. Semantik wäre die folgende, sobald ein Token auf einer der eingehenden Kanten kommt, wird das Entscheidungsverhalten gestartet und entsprechend der Entscheidung wird an eine der ausgehenden Kanten der Token weitergegeben. Hier unten sehen wir noch ein Beispiel, das nun eine Schleife modelliert mit Hilfe von Entscheidungsknoten und Vereinigungsknoten. Wir beginnen beim Initialknoten. Die erste Aktion daraufhin ist das Besuchen einer Lehrveranstaltung. Wir gehen nach rechts in den Vereinigungsknoten. Nämlich, jetzt reicht es, dass dieser eine Token von Besuchen der Vorlesung anliegt. Aufgrund dessen wird die nächste Aktion, Prüfung schreiben, unmittelbar angestoßen. Nach dem Schreiben der Prüfung gibt es einen Entscheidungsknoten, der überprüft, ob der Notengrad 5 war. Dann muss ich die Prüfung wiederholen. Wenn dies der Fall ist, gehe ich zurück in den Vereinigungsknoten. Der hat mehrere eingehende Kanten. Diese Kante ist nun mit einem Token belegt und ich kann unmittelbar wieder eine Prüfung schreiben. Nach dem Schreiben der Prüfung wieder der Entscheidungsknoten. Das mache ich so lange, diese Schleife, bis irgendwann der Notengrad ungleich einer 5 ist und ich damit die Prüfung geschafft habe, die Aktivität so mit beendet wird. Bitte gehen Sie nicht nach einem Entscheidungsknoten unmittelbar wieder direkt in eine Aktion. Das heißt, gehen Sie in diesem Falle nicht vom Entscheidungsknoten rechts direkt in WriteExam, weil sonst hätten Sie einen Deadlock, weil dann bei WriteExam beide eingehenden Kanten erfüllt sein müssen und das kann niemals der Fall sein. Wir kommen zu einem abschließenden Beispiel für alternative Abläufe in einem Aktivitätsdiagramm. In diesem Beispiel wollen wir insbesondere verdeutlichen, was passiert bei alternativen Abläufen, die nicht mehr mit einem Vereinigungsknoten zusammengeführt werden und dann in einem Aktivitätsendknoten enden. In diesem Beispiel starten wir nach dem Initialknoten mit der Anmeldung der Lehrveranstaltung und nach Durchführung der Anmeldung zur Lehrveranstaltung sind entweder Plätze vorhanden oder keine Plätze mehr vorhanden. Wenn diese vorhanden sind, so wählt man eine Gruppe aus, wenn sie nicht vorhanden sind, so trägt man sich auf die Warteliste ein. Egal welche der beiden alternativen Wege beschritten wird, sobald die jeweilige Aktion beendet ist, geht man in den Aktivitätsendknoten. Wir haben gehört, sobald der erste Token den Aktivitätsendknoten erreicht, wird die Aktivität beendet. Damit ist das Aktivitätsdiagramm geschlossen. Hier der semantische Unterschied zwischen normalen Aktionen und Aktivitätsendknoten noch einmal verdeutlicht. Bei den Aktivitätsendknoten reicht es aus, dass einer der mehreren eingehenden Kanten einen Token hat und alles wird beendet. Bei normalen Aktionen wäre es der Fall, dass alle Kanten belegt sein müssen. Somit ist uns klar, wie Token durch eine Aktivität fließen. Und das haben wir uns insbesondere bei alternativen Abläufen angesehen. Aber es gibt ja nicht nur alternative Abläufe, sondern auch parallele, nebenläufige Abläufe. Diese wollen wir uns als nächstes ansehen.